Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute mal wieder mit einem Video bei mir zu Hause, denn heute erlebt ihr mit mir eine Weindegustation, die live auf Instagram übertragen wird. Mehr dazu in diesem Video. Die Weine habe ich mir im Vorfeld schon online bestellt. Dazu habe ich ja auf meinem Blog Monaco Deluxe schon berichtet. Und dabei war auch ein großes Programm und ich dachte mir, boah, so ein großes Programm mit so tollem Wein, diesen Abend erlebe ich nicht alleine, deswegen habe ich mir Freunde eingeladen. Ja, um 19.30 Uhr geht es eigentlich erst los, aber das Essen sieht richtig lecker aus und der Schadone, der schreit schon. Deswegen starten wir schon mal vor der offiziellen Live-Übertragung. Nicht nur in Italien haben sich die Leute gut gehen lassen, sondern auch wir haben es krachen lassen. Jede Menge angestoßen, dazu leckeres Essen und ein Wein nach dem anderen haben wir fleißig verkostet. Und dazu das passende Programmgenossen. Schaut mal selbst dran. Vino e amore. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik ja das war mal ein erlebnis der tag danach denn am abend konnte ich euch leider keine feedback mehr geben die weine waren so lecker wir haben die alle ausgetrunken alle fünf flaschen aber das event war einfach auch phänomenal die musik dazu die geschichten dazu und wir haben das dann per live übertragung nicht auf instagram sondern auf youtube angeschaut das konnten wir auf dem großen fernseher und die waren dazu das hat richtig spaß gemacht mein favorite muss ich zugeben war der chardonnay und er hat auch richtig freundlich gemacht so richtig schön den werde ich mir auch nachbestellen da bin ich mir sicher und ich hoffe diese events wird es bald noch öfters geben es gibt auch nichts schöneres als mit richtig guten freunden zu hause so eine weinbegleitung mit musik und erklärung zu genießen also die nächsten events erfahrt natürlich auch wieder bei monaco drückt am besten unten in der infobox in den newsletter eintragen dann verpasst ihr nichts ja ich hoffe das video hat euch mal wieder gefallen lasst mir einen daumen hoch da noch viel viel besser hier draufklicken und abonnieren da wird support ist kein mord und dort oben da habe ich ein video was euch gefallen könnte also einfach mal rein klicken und wir sehen uns wieder bei der nächsten folge von monaco drückt